Ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Cocker der TV-Konflikt Remastered Edition auf Seite der GDI Add-on Kampagne in Ausnahmezustand. Ganz genau liebe Freunde und ja wir waren ja beim letzten mal hier und hatten uns hier aufgebaut. Ich möchte ihm aber allerdings am Anfang direkt mal seinen Sammler wegknallen hier. Sehr gut und ja der Noddy der hat uns hier eine Atombombe reingehauen beim letzten mal. Das war schon ziemlich übel muss ich sagen. Ja das war übel aber wir haben uns davon erholt wir bauen uns hier unsere Armee auf. Schau dich die an und ja den Sammler haben wir ihn gerade mal wegehauen. Wir haben selber vier Sammler im Einsatz das ist richtig gut und ja dann würde ich sagen machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Achso wir haben unsere Basis komplett aufgebaut so dass der Gegner ruhig kommen kann und die Marmutpanzer sind schon fertig. Sehr gut Leute sehr sehr gut. Wenn ich das Ding wartet mal Leute ich denke mir gerade mal eine Taktik aus wenn ich ihm das jetzt hier wegnehme kann ich dem doch hier oben das Zeug schon mal wegnehmen. Ja aber wartet mal ich glaube dafür brauche ich schnellere Einheiten die sind zu langsam. Ah dafür sucht das wieder dafür sucht das wieder sehr schön zack hier los nix da Kollege. So wir haben beide super Waffen zur Verfügung das ist gut und ich habe laufend Geld zuvor das ist auch echt gut muss ich sagen und dann können wir auch gleich auch schon los. Nämlich 10 Mammuts 10 Raketenwerfer weil die nutze ich nämlich auch saug gerne eigentlich. Wartet mal ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Den werde ich nämlich jetzt nach da oben fahren mit dem Ionenwerfer das Ding hier platt machen. Dann das Ding hier platt machen mit dem Luftangriff. Und dann nehme ich ihm hier oben das Zeug weg. Aber speicher das erstmal nochmal. Ja Leute wie gesagt die erste Addon Mission hier. Das wird jetzt interessant. So dann das hier weg. Den Bauhof weg. Und den Tempel erstmal weghauen. Das ist nämlich das Wichtigste. Und. Bam. So hier. Ja. Manneken. Okay. Das Ding hält übelst viel aus wie ihr seht. Der muss unbedingt weg. Weil ich hab keine Lust auf noch ne Atombombe. Oh scheiße. Da kommt aber ein Jeep. Mit nem hier. Oh. Oh man. Ja. Jetzt hat er. Ja. Das war klar. Okay. Fail. Fail. Shit man ey. Ich brauch da noch einen. Nach zwei am besten da oben. Ja. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Leute. Gut. Dann machen wir das halt. Ähm. Und. Ja. Nein. Nicht auf den. Nicht auf den Sammler. Jetzt kommt er nämlich angeschissen. Gut. Zieht euch zurück. Jetzt kommt er nämlich angeschissen. Ja. Da kommt er. Mit seinem Jeep. Ach du Penner. So. Na. Passt aber. Das war nur ein Jeep. Oh. Was. Okay. Interessant. Ja. Gut. Dann lass ich das halt. Ja. Ich lass das mal lieber. Schau euch das mal an hier. Oh. Okay. Er hat sich wieder selber. Ecke ballert. Okay. Interessant. Ja. Kommt. Ist gut. Leute. Das eine Manneken da. So. Dann haben wir es ja schon fast. Wir haben fast unseren Angriffsdruck hier zusammen. Ah. Tel Aviv. Die. Schieß zweimal. Oh. Okay. Tch. Na gut. Okay. Leute. Ach du mal. Wie ist diese coole Mucke. Die gibt es auch nur im Addon. Habe ich das Gefühl. Die gibt es nur im Addon. Diese Mucke. Genau. Diese Asienmucke. Jawohl. In Ordnung. So. Genau die. Und. Ja. Muss ich mal gleich mal gucken. Wie wir am besten da reinkommen. So. Pröpariert. Ding mal. So. Nur noch den Jeep. Da kann ich auch schon los. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Äh. Ich nehme die Mammuts. Team 2 ist Team 3. Und. Team 2 ist Team 3. Jawohl. 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 der hat ganz schön viel da okay gut aber so viel hat er auch nicht okay was machst du da bleibst du mal hier unten sammler was macht ihr geile kite heute ihr seid doch bescheuert echt aber gut die kohle hat so ziemlich genau gereicht sammelt euch da los geht mal los hier sagt speicher noch mal mission 1 die die ja direkt in der ersten mission das volle arsenal zur verfügung schon nicht schlecht muss ich sagen sehr schön leute ja die raketenwerfer das schaffen die schon sehr schön genau und bam so die leute mache ich mit den mammuts die verteidigungsanlagen platt diesen panzer auch genau und dann hier dort der viele invasoren da war sehr schön leute hallo war mir los reden wer kommt bitte nach vorne so leute dann kann ich mit den raketenwerfern jetzt die mammuts machen den platz dann würde ich sagen habe ich jetzt mit dem hier die können das platt machen genau oh nein das ist jetzt aber uncool nicht auf meine flam nicht auf meine raketenwerfer immer so ok was so wo kommt das denn her verdammt ja gut dann machen wir es halt aufgeteilt dann machen wir es aufgeteilt kommen luftangriff ionwerfer hier hier so da kommt der luftangriff lauberer angriff sauberer angriff sehr schön leute sauberer angriff würde ich sagen schön aufgeteilt ja das ding funktioniert doch schon nicht mehr was zur was zur hölle das denn schon wieder ja sammler da platt genau leute die raketenwerfer die machen echt geilen job muss ich sagen ja der baut sich jetzt nämlich wieder auf der baut sich jetzt nämlich wieder auf hier und hier muss ich jetzt gleich mal gucken wie war das am besten wieder wie wir das am geschicktesten machen aber haben wir seine hauptbasis schon auseinander genommen dann würde ich sagen einheiten durch dahin das dauert nämlich noch ein bisschen bis die sachen die fertig sind die raketenwerfer die ich noch habe die können wir bitte hier unten hin und die türme da platz schießen es sei denn die türme die können so weit ballern was so bleibt ja mal hier stehen das glaube ich euch nicht das glaube ich euch nicht dass wir nicht da drauf ballern könnt ihr seid raketenwerfer oder so verkaufshalt verkaufshalt so der luftdangriff ist gleich fertig so und dann wartet ja kommt dann ist der bauweg sehr gut macht den obelisten platt los macht den platz hier sehr gut und platt machen ja dann haben wir die mission wie gesagt ich hoffe ich mal dass euch das hier gefällt guck mal den conquer remaster wie wir jetzt hier die die mission hier platt fertig machen sehr schön genau die erste die erste mission sage ich mal von dem die eis kommen die orcas an die ich brauche schon gar nicht mehr die orcas ok cool das war die erste mission das war eine neue cutscene leute da ging die lichter aus im tempel aha sehr schön ja so was am ende auch gemacht und leuchte bonus galerie freischalt kohle am ende 6500 und schaut euch mal wie viel wir da platt gemacht haben wir hier oben an gut dann gibt es noch mal eine bonus galerie allerdings gibt es jetzt bilder glaube ich ja genau jetzt gibt es bilder oder was auch so was ich glaube ich habe auch noch mal ein bisschen zu sagen ich habe schon mal ein bisschen zu sagen aber ich habe ja jetzt mal ein bisschen zu sagen ich habe jetzt mal ein bisschen zu sagen Interessante Mucke. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir Mission 1 ziemlich souverän gemeistert. Und da würde ich sagen, gehen wir mal in Mission 2 Höllenzorn. Alles klar, bin ich mal gespannt, liebe Freunde. Die Katzina. So, Leute, Höllenzorn. Not versucht, ihren Tempel wieder aufzubauen und erneut Zugang zur Nuklearwaffe zu erhalten. Errichten Sie eine Basis und warten Sie, bis Agent Delphi Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Er wird Ihnen zeigen, wie man am besten zur Basis gelangt. Ach du Scheiße. Nutzen Sie alle verfügbaren Mittel, um die Bruderschaft aufzuhalten. Ja, klar. Ich habe jetzt hier nur acht Männiken, oder was? Was zur Hölle? Oh, ähm, okay. Lieber nicht. Mach mal diesen Männiken da platt. Ach, bam. Okay. Oh Mann, muss ich da echt rein? Da muss ich echt rein, oder? Ey, mach den kalt. Musst du echt rein? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber es scheint, dass ich da rein muss. Doch, doch. Bam. Da kommt er jetzt noch mit Schützen an. Ja. Oder weißt du was? Nimm mal einen Schützen. Äh. Ach man, da kommt er wieder mit Schützen. Bam. Bam. So. Kanonenfutter. So, und ihr? Bewegt dich einfach, damit sie dich nicht treffen, ey. So, sehr gut. Und, bam. Und mach den kalter los. Sehr gut. Da kommt jetzt das nächste Kanonenfutter, bitte. Und da müssen wir uns anscheinend doch hier reinarbeiten. Okay, ich verstehe schon. Oh, bam. Da ist eine Not-Männiken-Fabrik. Ja, okay. Da ist eine Männiken-Fabrik. Ja, gut, aber die haben keine Chance. Die haben keine Chance hier. Oh. Da kommt er jetzt mit seinen Schützen raus. Okay. Da kommt er jetzt mit seinen Schützen raus. Okay, Leute. Das war jetzt natürlich wieder dumm. So. Ich muss das von hier oben irgendwie platt machen, ne? Schießt das bitte auf. Und schießt die Flak kaputt. So. Sehr gut. Und das geht leider. Muss ich tatsächlich hier diese Basisplatt machen, ne? Bam. So. Jawohl. Auf die... Auf die... Äh, nein. Nein. Du bist doch ein Sack. Jetzt, Brotter! Ja, toll. Jetzt hat er natürlich einen Flammenwerfer gebaut. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Hä? Was ist das denn für eine Mission? Was? Da stehen Flammenwerfer drin. Wie soll ich das denn machen? Gehen wir mit den Schützen vor, bitte. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass wir da jetzt diese Basisplatt machen müssen. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Seid ihr bescheuert? Die sind echt bescheuert, ey. Ey, Leute. Nicht euer Ernst. Wenn er da Flammenwerfer mit drin stehen hat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie. So. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gut. Erkunde mal ein bisschen, vielleicht. Ich komme noch nicht mehr durch. Ja, aber wenn er da echt Flammenwerfer drin stehen hat. Wie soll das denn funktionieren? Sag mal. So. Wie soll das funktionieren? Wenn wir da unten die Flammenwerfer drin stehen hat. Speichere das mal bitte. Bisschen um zwei. Wie soll das funktionieren? Kanonenfutter. Genau, Kanonenfutter. So. Okay. Perfekt. So. Der hat da Probleme. Oh nein. Ja, das war's. Das war's schon. Toll. Scheiße, Mann. Der baut die ganze Zeit Männchen, ne? Dann macht ihr mal bitte hier... Bewegt dich mal ein bisschen. So. Und ihr macht bitte diesen Turm deinem Arsch, genau. Den auch, bitte. Ja klar, schießt ja auf einmal auf meinen Raketentypis. Raketentyp wie... Das ist ein Penner, wirklich. Das ist so ein Penner. So eine feige Sau, wirklich. So. Ihr stellt euch mal bitte da hinten hin jetzt. So. Wie ist das gedacht? Wie ist das jetzt gedacht hier? Wie ist das jetzt gedacht, Leute? Ähm. Da ist Geld schon mal? Ah. Aha. Wir müssen also doch nicht mit den Bennigen gegen alles hier kämpfen. Okay. Ich verstehe schon. Wawamm. Gut. Dann habe ich jetzt hier sogar meine Einheiten. Alles klar. Cool. Wunderbar. Wunderbar. Was? So. Hölle. Der baut aber auch unendlich, ne? Bam. Da. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann haben wir es gleich. Ja, wartet mal. Ich habe mal keine schlechte Idee. Ähm. Auf den Flammenwerfer bitte. Sehr gut. Ähm. Und dann habe ich, glaube ich, noch eine andere... Äh. Der mit seinen Flammen... Flammenwerfer. Damit ist meine Idee auch schon obsolet geworden. Ich wollte eigentlich mir das hier erobern. Ey. Das ist so ein dreister Sack, ne? Ich wollte mir nämlich das Zeug hier einnehmen. Ah. Oh. Macht das Blatt los. Ich freue mich jetzt gerade echt nur, wo ich mir eine Basis aufbauen soll, ne? Da oben. Da oben, Leute. Okay. Dann mache ich das mal. So. Ah. Hier unten ist auch. Okay. Hier unten ist auch Geld. Aber dann. Nach denen doch kaputt. Äh. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich mir nämlich die Sachen jetzt hier einnehmen. Baue eine Kaserne. Ja, aber die Türme, die ich werden direkt da drauf ballern, ne? Das ist, äh... Die Türme, ja. Wartet, mal bauen wir zwei Schützen. Als Kanonenfutter sozusagen. Und schickt die mal nach da unten, bitte. Was zur... Was zur... Was zur... Boah. Ähm... Was macht dann jetzt hier... Ja, toll. Was für ein Sack. Was für ein Penner. Da kommt der echt eiskalt angeschissen. Boah. Ey. Leute. Ähm, neue... Ey, ihr geht mir ganz schön auf die Nerven hier. Ich hab keinen Bock, das jetzt nochmal von vorne zu... Pfff, okay. Ähm, Spiel laden. Fuck. Fuck, ey. Scheiße. Ah. Ich muss aufpassen, ey. Ich muss auf... Oh, nein. Nicht schon wieder hier. Ja, komm. Dann bewege dich halt. So. Nein. Ach. Und das hier bitte auch nicht. Was zur... Du feige Sau, ey. Feiges Stück. So. Ähm, gut. Kanonenfutter. Ähm. Ich hab da jetzt echt... Boah, Leute. So. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich hier in die Basis reingehe... Jawohl. Dann kommt da mit den Verstärkungen, ne? Dann kommen meine Verstärkungen, ja. Jawohl. Nimm dir die Kohle. Ja, dann kommen meine Verstärkungen. Okay. Alter Schwede. Jawohl. Der mit seinen Flammen werfen. Jawohl. Jawohl. Tja. Ähm. Tja. Leute. Ähm, dann. Fahr die platt. Ich muss da unbedingt drauf. In Ordnung. Mach diese Drecksraketenfabrik. Mannekenfabrik im Arsch. Äh. So. 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 Bam. Weg damit. So. Meine Hüte. So. Jawohl. In Ordnung. Ihr sollt ihn platt fahren. Nee, das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht euer Ernst. Kommt da jetzt wieder? Alter. Ein Panzer ist weg. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Okay. Ähm. Du fährst bitte hier hoch. So. Leute. Ähm. Ich weiß. Die Minute 25 ist voll. Aber den Start möchte ich jetzt noch hinkriegen. So. Leute. Ähm. bau dich auf der energie diese gebäude hier unten möchte ich echt haben mein gott dann hier invasoren zwei stück so danach bitte zwei schützen als kanonenfutter stell den panzer unbedingt da oben ab mann 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 so so wie geht bitte da unten hin und ihr nach das gleiche türo platz ja so sehr gut ihr macht bitte diese türme im arsch nein der verkauft warum verkauften der was ein feiges stück was ein feiges stück also leute alter leute das kann doch nicht sein boah ist das mies da habe ich jetzt auch kein geld mehr eigentlich um eine raffinerie zu bauen kein geld mehr für eine raffinerie leute was das für eine scheiß mission was ist das für eine drecks mission ja raffinerie scheiße ich hab nicht gedacht dass der verkauft war die raffinerie hin dass sie da oben sammeln kommen und ach jetzt kommt das schon wieder an ja das wird jetzt langsam aber echt ein bisschen unfair hier das geht doch nicht leute das kann das ist das unmöglich das unmöglich muss mich tatsächlich hier unten aufbauen ich muss mich tatsächlich hier unten aufbauen das kann doch nicht euer ernst sein so nicht auch nicht darauf schießen man ja scheiße ist eure eigenen einheiten ihr seid doch so dämlich und ihr sollt aufhören auf die zu schießen nein ihr nervt mich ihr nervt mich dann mache ich halt mit den grenadieren den scheiß hier platt so mein gott so so ok gut da kommen meine verstärkungen alles klar ja natürlich ein flammenwerfer und alle weg echt hier unten aufbauen das ist ja krass muss die mannigen fabrik vielleicht sogar einnehmen das ist ja interessant interessanter ansatz ja muss ich sagen muss ich echt sagen so so dann kaserne bitte kaserne so invasor ja dann nimm die ein nimm die bitte ein so ok gut raffinerie soldaten ist das der fisch kacke hier oh man so würde ich ja nicht ganz gerne da oben machen mach mal das ding da weg so gut ja ok auch kanonenfutter so gut kanonenfutter gut dann mit den panzern bitte die türme im arsch machen so der verkauft die nämlich einfach überfahren einfach überfahren so sehr schön ok dann kann der sommer jetzt in ruhe hier unten sammeln ok ja alles klar ok heute ihr seid doch unfassbar diese drecks wenigen wir sind echt unfassbar das überfahr den dreck ok ja so invasor so dann jetzt hier unten so nächste invasor kommt da glaube ich jetzt ziemlich angeschissen da ist er da ist er ja gut aber das ist zu heftig boah was ist das für eine mission was ist das für die mission tja der sammler ist direkt mit weg tja was soll ich jetzt machen tja der macht mich hier kalt immer gut die folge wird länger was ist das für eine scheiße hier wirklich was ist das für eine drecks mission was ist das für eine drecks mission was ist das für eine drecks mission ja klar meine fresse so muss hier irgendwie irgendwie den scheiß hinkriegen tja ja dann wird ruhig alles weg mein gott tja muss hier irgendwie schnell sein jawohl die kohle die ich hier kriege die reicht auch für nix ey man so du sollst das verkaufen der verkauft nicht warum verkauft denn der jetzt auf einmal nicht ja toll ja toll super toll wirklich drecks mission ey richtige drecks mission ist satt richtige drecks mission ich glaube ich lass das zeug hier unten einfach in Ruhe Ich lasse das Zeug hier unten in Ruhe Ich fahre direkt hier oben hin Gar nichts mit übernehmen Ausprobieren So Das ist echt nicht wahr, ey Mann So, und hier oben jetzt Da kommt jetzt der Rock'n'Roll-Typ Oh Mann So Ich werde mich hier oben aufbauen Hier links, genau So, okay Bau dich auf, Mann So, wo sind die Typen, hä? So Meine Fresse So, Raffinerie Geht uns ein bisschen Geld Okay, oh Schwierig, Leute Schwierig Da kommt er Ach, da ist er Der Sack, ey Mann So Okay Gut, Leute Ja, wie gesagt Da mache ich jetzt halt eine 40-Minuten-Folge draus Weil diese Mission halt anscheinend Übel ist So, dann lasse ich den Kram hier unten Jawohl Ich muss den Kram da unten trotzdem irgendwie erobern Da kommt er Da kommt der Scheiß So So Da ist der Scheiß Mann, ey So Da ist der Scheiß von dem Fahr die Kacke platt So, weißt du was? Ich baue jetzt hier einen Wachturm hin Das reicht mir da langsam mit dem Männiken Oh, Leute Wir sind zu dumm, um Männiken zu überfahren So blöd, um Männiken zu überfahren Wirklich So, Wachturm, ey Mein Gott Jawohl Mein Gott, ey Was ein Dreck hier Boah, ich habe noch einen Wachturm Ich brauche Wachtürme Ey, ich brauche ernsthaft Wachtürme Tja Waffenfabrik So, komm Boah, ey Ey, unfassbar Wirklich Unglaublich So Nervig, Leute Nervig Aber ich hätte es mir ja denken können Das ist ja das Add-on Das Add-on ist ja immer unfair So ziemlich Da kommt er mit weiteren Hey, hey, hey So ja nun nicht Ja, danke So Meine Güte So, ja, toll Dann geht mal hier Zack Und Kampfpanzer, ey Mann Musst du einfach mit 5 Kampfpanzern drüber rollen Der eine Invasor Ich würde nämlich ganz gerne echt die Kohle sparen Für diese Gebäude Ei, 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 ei Krasse Mission, ja Das ist erst die zweite So, Kampfpanzer Mann Dann haben wir wieder Act of Instinct hier im Hintergrund Weiteren Kampfpanzer Sammelt bitte hier vorne Und zwar so schnell wie es geht Ich will jetzt ganz gerne noch vor Minute 40 ein bisschen Fortschritt haben hier Oh Mann, ey Add-on Es gibt einen Grund, warum ich das Add-on nicht mag, ey So ein Kack So Nächste Kampfpanzer, bitte So Leute Direkt nachbauen Los Mann So Dann sammle ich den kleinen Scheiß ein, sondern hier die richtig großen Sachen So Damit das schön schnell geht hier So Act of Instinct läuft im Hintergrund Das kann ja nur gut werden hier So Nächste Kampfpanzer ist gleich vom Stapel Oder mit Vieren, das passt glaube ich auch, oder? Vier reichen glaube ich auch Jawohl, Sal In Ordnung So Mann So Was ist eine anstrengende Mission Jawohl, Sal Da kommt er die ganze Zeit mit Medikang geschissen So Meine Fresse So So Der kostet 800 Ja Den kriegen wir noch vom Stapel Jawohl So Dann So Zack Sehr schön Vier Kampfpanzer Speicher Mission 2 GDI So Ja, wir haben jetzt Minute 40, aber kommt Den Versor bitte mit Jawohl Jawohl Weil zu langsam war, sicher brauche ich auch das Erzfeld hier unten Jawohl Jedenfalls die Bire im Feld So Einfach überfahren Was ist denn Was ist denn daran so schwer Einfach überfahren So Ja, da verkauft er schon Da verkauft er schon jetzt So Hallo So Jetzt aber Und Weiteren Inversor Ja, gut Ja gut, kommt Inversor So Ja klar Flammenwerfer Flammenwerfer, ey So Leute Ach, Leute, Mann Ähm Bitte was Die Türme Jetzt Ja klar Ja klar So Boah Ey Dreist Überfahr den Komm So Sehr gut Und dann Was zur So Alles klar Dann können wir hier jetzt hin So Mann Alles klar Dann haben wir den Noddy gleich hier erledigt Wobei ich die eigentlich gar Ah Ja, 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 ja 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 Ich muss die Energie nachbauen, leider, Leute Gott So Schade Ich hätte mir gern ein bisschen Geld gespart Oh Gott Oh Gott, ey Leute Das ist ja nicht euer Ernst Ich brauche einen Flammenwerfer So Oh Gott Nicht euer Ernst, ey Nicht euer Ernst Ja, das sind halt Scharfschützen, ne Ist klar So Ach du Scheiße Ach du Scheiße Alter Schwede Jetzt kommt er mit NotMods an Holy fuck, ey Jetzt kommt er da mit NotMods noch an Ei, 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 ei Was will er jetzt mit den Motorrädern? Alter Schwede, ey Der hört nicht auf, ne Der Tor ist weg Oh mein Gott Ei, ei, ei Da kommt damit noch mehr Was willst du denn? Boah. Junge. Junge, Junge. Ach du Scheiße. So, hey. Mein Gott. Ja, die Kohle ist gleich auch weg, ne? 44 Minuten. Ja, toll. Ah, super. Der Sammler, der braucht auch ewig, bis er mal nach Hause kommt, ne? Ei, 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 kein Fortschritt. Dieser Kacke. Ah, nee, die kommen langsam runter, okay. Er hat's verkauft. Okay. Kommt damit noch mehr Motorräder an, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Du nervst mich da jetzt mit deiner Scheiße. So. Alter. Alter. Nein. Nein. Nein, Leute. Ach. Leute, Junge, du nervst. Ach, der Typ, der nervt, ey. Ey, unfassbar. Ey, unfassbar. Seine Drecksmotorrädern. Boah, ey. Da kommen noch mehr. Leute. Boah, Leute. Ey. Ey. Ich glaube, das Spiel wird mich gerade dezent verarschen, oder? Jawohl. In Ordnung. Da kommt noch mehr. Da kommt er da mit diesen Kacke-Torrädern an, ey. Was ist das denn hier? Hä? Warum ist da oben was frei? Und der Sammler ist jetzt im Arsch. Tja. Weiter. Wat ne Mission. Wat ne Mission. So. So. So, die kriegt das schon mit, äh, vereinten Kräften. Oh, Mann, ey. Ich brauch unbedingt diesen Turm hier. So. Unbedingt, ey. Schaut euch die Scheiße an. Tja. Ich muss mir ein bisschen Zeit erkaufen. So. Mein Gott, ey. Boah. Was ist das für eine Mission? Heftig, heftig. Oha. Das ist halt typisch Add-on, ne? Leute. Das ist typisch Add-on. Boah. Ich muss aber gleich unbedingt mal Pause machen. Da kommt das Schaf wieder. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Alter. Oh, 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 oh. So. Ähm. Ne, das kann ich als nächstes bauen. Werkstatt, ne? Hei, 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 Leute. Unbedingt, weil der Sammler ist fast im Arsch. Da. Ja, das ist, äh. Hm. Da kommt schon wieder was. Okay, aber das ist kein Thema. Der will wahrscheinlich auf die Radar zählen. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ey, Leute. Oh Gott. Halt durch, ey. Boah. Ja, toll. Danke, du Bixer, ey. Wirklich. Boah. Ähm. Gut, Leute. Ähm. Das heißt. Jawohl, Zahl. Fuck. Ich muss den Radar selber bauen. Ja, ja. Ich muss den Radar unbedingt selber bauen. Ähm. Verkaufe diese beiden Türme. Jawohl. Zahl dabei. Unbedingt selber bauen. Ja, sind wir bald bei 50 Minuten. Ne, XSL Folge. Tut mir leid, aber ich möchte ein bisschen Fortschritt in dieser Mission haben. Was ist das denn für ein Scheiß? So. Radar. Und diesen Turm. Ach Gott, scheiße. Ja. Energie wird kritisch. Jawohl. Zahl. Geldmittel ist reichend. Hol dir ein bisschen Geld. Pff. Mann. So. Ach, Sammler. Sammeln bitte schneller. Jawohl. Zahl. Ich helfe. Ach. Fuck. Ja, ja. Fuck. Ähm. Ja, gut. Jawohl. Ich helfe dabei. Spreche auf. Ja, super Leute. Ja, super Leute. Toll. Klein Fortschritt in 50 Minuten. Ja, doch. Ich habe hier unten die Verstärkung gekriegt, aber mehr auch nicht. Super toll, ey. So, Raketenturm. Ja, lasst euch abballern. Ist okay. Wieder angeschissen kommt, ne? Heftig. Ja. Dann helft ihr jetzt mal bitte mit hier. So. Sehr gut, Leute. Alles klar. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Sehr gut. Das kriegt er schon hin. Ich vertraue da auf euch. Mein Gott. Ich muss mich hier echt gerade konzentrieren, Leute. Es tut mir leid. Was? Was ist kaputt gegangen? Ach, Leute. Ich würde sagen, wenn ich den zweiten Turm hier stehen habe, mache ich erst mal folgendem Ende. Weil das ist zu lang. Das wird mir gerade ein bisschen echt zu lang. So. Der hat endlos Kohle anscheinend. Tja, weiter. Ey, 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 ey. So. Der mit seinen Manniken. Unglaublich. Meine Güte, ey. Was eine Mission. Das hätte ich gar nicht erwartet. So krass. Das hätte ich nie und nimmer erwartet. So, der steht. Und dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.